Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2, dem Remake. Nach dem echt nicht schönen Bossfight geht's jetzt weiter im Labyrinth. Okay, hier ist eine Tür. Mhm. Hm. Hm, sagt er. Hier ist absoluter Abgrund. Also ein Labyrinth mit einer Karte zu laufen, ist auch was, was ich noch nicht hatte. Finde ich gut. Finde ich nett. Sehr nett finde ich das. Ich habe das Ding getötetet. Sind Sie verletzt? Nicht alles, tschuldig. Aber das Ding... Es stammte dich, da ist alles überall. Stabte mich? Was meinst du? Es schastet sich zum Elevator in der... James. Was hast du gesagt? Just bevor. Nichts, was du? James? Honey? Honey, did something happen to you after we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? I don't know. I don't know. Well. If you happen to make up your mind. I'll be waiting. I, uh. I'll find some way to. I'll come back. I promise. I promise. I'm Maria. Do, 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 do. Maria? Okay, aber er zeigt mir auch an, wo Maria ist. Das ist gut. Nein! Nein! Ich mache nur ganz kurz einen Speicherlein. Ich habe Angst, dass ich mir gleich Munzer irgendwie an die Backe bringe. Ach du Schande. Okay, keine Sorge. Warte, das war richtig. Ich habe es aus Versehen geskippt. Hupala. Ach du Schande. Ach du Schande. Hier werden wir Stunden verbringen. Yay. Aber noch finde ich es besser als im Gefängnis, weil keine Gegner da sind. Keine Gegner da sind. Keine Gegner da sind. Hier habe ich gerade keine Map tatsächlich. Oh, wir haben gesagt, keine Gegner. Wir haben gesagt, keine. Oh Gott. Was? Da war gerade Schmiere dran. Hier ist Blut. Heißt das, hier sind Gegner? Jetzt erstmal vor allem Speicherstand-Ding. Das ist eine gute Sache. Da werde ich jetzt auch mal einen neuen Speicherstand auch für nehmen. Wir sind bei 4, 16. 12, 28. Okay, wir holen aber, also wir kriegen wieder mehr Abstände rein. Davor waren es anderthalb Stunden. Jetzt sind es fast schon zwei. Da war ich. Da kann ich lang gehen. Keine Gegner. Wieso kriege ich Muni? Ich brauche keine Muni. Das bestimmt nur, weil das so schlimm war, der Kampf. Und, also, damit ich mehr Schuss habe, richtig? Das nicht, weil hier jemand wirklich kämpfen will, richtig? Äh, ist da jemand Böses unter mir? Wenn ja, dann ignoriere ich das mal kurz. Ähm, die Frage ist halt, das sieht sehr ähnlich aus, ich weiß, aber es ist nicht das gleiche. Aber der andere Weg hier, ging der überhaupt? Tatsache. Ich ignoriere, was unter mir ist. Das ignoriere ich einfach erst mal, ja? Wo bin ich jetzt gelandet? Okay, ist aber eine Sackgasse. Ist aber eine Sackgasse. Hallo? Hallo? Ey, manche Sachen, ne? Oh, da war es gerade. Oh nein. Oh, hab's. Gut. Geduld, Leute. Geduld ist eine Tugend. Die ich eigentlich nicht besitze, außer es geht um Loot. Dann besitze ich sie. Zur Hauf. Da ist eine Schlinge. Warum ist da eine Schlinge? Okay, war aber nur zum Looten, okay. Au, doch. Es ist das Viech. Okay. Okay. Ich würde ja gern gegen die kämpfen. Ich bin ehrlich. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube, ich lasse es erst mal. Wir gehen jetzt noch mal rechts lang. Und gehen dann hier die Runde. Dann. Also. Dann. 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 Hm. Lassen wir es. Das macht alles nicht so viel Sinn. Jo. Weiter. Keine Müdigkeit. Aua, wo kam das denn jetzt her? Ich bin doch ausgewichen. Okay. Äh, da ist wieder so ein Ding. Da so. Ich würde so gern gegen die kämpfen, aber das ist halt so schwierig. Und ich weiß nicht, ob sich das richtig lohnt. Wow! Nieder! Mit dir! Blut? Blut. Äh, weil wir haben... Wir haben so ein bisschen... Nein. Wir haben, äh, relativ gut Heilzeug, aber, äh, Pistolenmuni und so wird echt wenig. Oh, da war wieder der obligatorische Schlag. Okay, Blut. Gucken wir uns erst mal hier um. Das Problem an der Sache ist, ich muss halt davor... ...auf dem Schirm haben, wo ich hinrennen will. Ich glaube, die lassen mich nämlich nicht entspannt mal die Map rausholen und dann gucken. Also, befürchte ich zumindest. Da hinten, ne? Nee. Wo will ich denn rüberklettern? Ach, da. So. Und nochmal über Ursula drüber. Komm. Schön. Aber will ich nicht doch nochmal... Ich meine, ich war ja noch nirgendwo. Ich glaube, den Weg können wir trotzdem nochmal laufen. Ich meine, wir müssen eh nochmal komplett zurück. Also können wir da auch noch lang. Nee. 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 Nee, okay, komm. Komm. Alles wird gut. Einfach durchkrabbeln. Oh, wir müssen echt durchkrabbeln. Oh, schön. Klar. Ach nee, doch nicht, was das? Ist das Spiritus? Ah. Hm, hm, hm. Da ist eine Tür aufgemalt. Warum hat das jemand gemacht? Naja. Dann einmal hier durch. Und was ist das da? Ach so, das ist ein Schrank. Ja, das, also Schrank, das sagt mir was. Kenne ich jetzt nicht. Entschuldigung. Geradeaus und dann links. Geradeaus und dann links. Oh Gott, diese Kacke. Ich weiß nicht. Das ist null abschätzen. Verdammt. Oh, ich riss alles. Ey, jedes Mal wieder. Wirklich, was eine Scheiße. Wartet. Das heißt, wir müssen da wieder zurück. Okay. Wartet geradeaus. Hier ist ja nichts. Okay. Ich meine, das Ding wird sich vom Feuerzeug Benzin bestimmt nicht einschüchtern lassen. Gehe ich von aus? Hm. Ich weiche einmal hier. Geradeaus. Warte, und dann links. Der linke Weg. Geradeaus. Geh nicht weiter. Gut. Ähm. Dann würde ich sagen, müssen wir zurück. Oh, da oben hätten wir noch weiter gekonnt. Da waren wir noch gar nicht. Oh. Naja. Also hier und dann rechts lang. Da war ich ja gar nicht. Warum war ich denn da nicht? Ich habe einfach Loot übersehen. Gut, wir haben jetzt... Also, aber hier ist ja nichts mehr. Ich glaube, wir müssen hier später nochmal hin. Hm. Das heißt, ich darf wieder mit dem, äh... Cube rumspielen. Hm. Nein. Oh, das ist eingekreist. Kann ich da jetzt durch? Warte mal. Das hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn ich nochmal, also... Also, dass wenn ich woanders hingekommen wäre damit. So, einmal nach rechts. Nein. Einmal nach rechts hier. Und dann nach links, nach links. Ich weiß ja alles. Ich ja. Ja, 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 ja. Irgendwas habe ich übersehen. Ich bin ja gar nicht bis da unten hingelaufen. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Also, ich meine, bis nach da unten, seht ihr da? Da bin ich gar nicht hingelaufen. Warum nicht? Naja. Ja. Dann werden wir das jetzt machen. Aha. Aha. Hier sind Spritzen verteilt. Sehr gut. Aha. Na, da haben wir doch unsere Antwort. Wo wir weiter können. Dann ist ja alles gut. Jetzt hätte mich auch wirklich gewundert. Hätten wir hier auf der Seite nichts Wichtiges gefunden. Da. Ja. So. Das halte ich von dir. Nicht? Okay. Gut, da hätte ich jetzt wirklich mit ge... Also, hätte ich gewettet drauf. Hätte ich da... Bitte nicht gleich angreifen, wenn ich durch sowas... Nicht wahr? Bitte ein bisschen entspannt hier, ja? Echt nicht? Hm. Hätte ich jetzt drauf gewettet. War das eine Tür? Nö. Wir sind sehr glücklich. Sehr glücklich sind wir. Na, also. Feuerzeug, doch. Äh, meinst du Streichhölzer vielleicht? Hä? Wenn ein Feuerzeug passen könnte. Hä? Ich brauche ein Feuerzeug, Leute. Ich habe keins. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Weil ich nicht weiß, wo ich das Feuerzeug herkriegen soll. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Undklar, ich bin da. Ah, da ist ein neuer Weg. Ah, okay, ja, das mal. Okay. Komm. Nicht lang schnacken, Koppelnacken. Hm. Lass mal hier aufmachen. Genau. Ey, diese Stelzenviecher sind so nervig. Hallo? No? Soll ich auch... Ein Schlüssel. Eiserner Schlüssel. Ah, die Tür. Ja, 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 ja. Die Tür. Dann muss ich nur auf dem Schirm haben, wie ich da jetzt hinkomme. Geradeaus. Eigentlich ab der blöden Tür nur dem Weg folgen und immer geradeaus. Na dann. Würde ich sagen. Let's go. Ich weich einfach dauerhaft aus. Ist mir egal. Ey, die sind ja so lästig. So lästig. So, hat jetzt bitte jemand für mich ein Feuerzeug? Irgendwann muss was passieren, wenn man das macht. Säure, sagst du? Verfault. Der verfaulte Bereich. Schön. Da bin ich doch gern. Okay. Was soll schon passieren? Leute, das ist ein bisschen nervig mit euch. Aber Gott sei Dank, die kommen nicht. So. Nochmal. Schaut gut aus, oder? Boom. Daddy kommt vorbei. Ey, die Kloschüssel ist gesprengt worden. Hupsi. Okay. Kombiniere, kombiniere. Und schon haben wir ein Feuerzeug. Das sogar funktioniert. So, äh, nach... Da lang. Und dann auf jeden Fall erst mal speichern, dann das machen und dann noch mal speichern, ja? Nur falls was passiert. Weil ich heile mich gerade nicht, weil ich gerne Spritze benutzen würde, weil wir davon so viele haben und von den Drinks so wenig. Ich glaube, es geht nicht. Vielleicht sollte ich mich doch heilen. So, einfach da drüber. Das Spiel wurde gespeichert. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ja, ja, nein, nein. Oh nein, ich hänge. Ah, ah, ah. Ah, okay, ich konnte weg. Weg ausweichen. Ich nehme, glaube ich, die normale Kante da drüben. Die da. Besser. Ah, wir sind, ah, okay. Okay, okay. Wir sind da, wo wir nicht durchkamen. Können wir ganz kurz mit Maria reden? Nur so, also vielleicht hat sie ja irgendwie was Neues zu sagen. Vielleicht summt sie auch einfach nur weiter. Hallo. Hilfreich wie eh und je. So ist unsere Maria. Aber dafür haben wir sie ja auch nicht dabei. Ja, lasst mal speichern. Wenn wir jetzt hier unten wieder sind. Und ich war hier drüber. So. Okay. Und jetzt gucken wir, dass wir ein neues Zuhause finden. Mhm. Oh, du, also, ich weiß nicht, ob ich da wirklich hin möchte. Haha. Aber müssen wir ja wohl. Was bleibt uns anderes übrig? Aus dem Weg zu folgen, so wie ein braves Kind eben. Egal, wo er uns hinführt. Warte mal, aber er führt uns ja nirgendwo hin. Er führt uns ja wirklich nirgendwo hin. Oh, schade, da müssen wir wieder zurück. Blöd. Scheiße, ist das das Endding, was wir nehmen müssen? Toll. Wieso denn immer nach unten? Auch hier habe ich die Befürchtung, dass das gar nicht weiterführt. Schade. Sehr schade. Oh, ich bin so wütend und ich weiß nicht warum. Okay, ich weiß vielleicht ein bisschen warum. Ihr verurteilt mich nicht, das Spiel ist halt einfach gut. Also, ich habe das Gefühl, dass wir erst solche machen müssen. Hm. Oh. 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 Oops. Ich bin da nicht ganz so gut drin. Es tut mir leid. Okay, wartet mal. Lasst mich mal gucken. Also. Die hatten wir. Ich schätze, ich brauche die da. Na also. Warum immer unten? Oh. Oh, das ist mir aber jetzt angenehm. Das ist mir sehr unangenehm. Oh, ist mir sehr angenehm, meine ich natürlich. Ich habe keine Map. Hier habe ich leider keine Map. Hm. Hm. Karte klingt toll. Danke. Oh, schön. Hört auf, mit meiner Taschenlampe zu spielen, ja? Speichern klingt gut. Speichern klingt immer gut. So. Okay. Da war eine Leiter. Die interessiert uns aber jetzt noch nicht. Ich gucke erst mal. Kotzi, wo Sammer denn? Ach, da drüben. Da ist ein Schrank davor. Deswegen komme ich nicht zu dir. Tut mir leid. Aber also sonst wäre ich gerne zu dir gekommen. Wirklich, das ist mir sehr unangenehm. Und also. Oh Gott. Das ist mir auch sehr unangenehm. War hier Pyramid Head unterwegs? Nee, oder? Nee. Ach, du Schande. Okay. Dann. Hallo. Hello again. Okay. Schon wieder eine Leiter. Okay. Ja, komm. Wir haben so viel davon gefunden gerade. Dann gönne ich halt mal. Aua. Gut. Obligatorischer Schlag geglückt. Wunder auf den Boden. Jetzt sehe ich ja gar nicht, ob sie blutet. Na ja. Ich hoffe einfach mal, ja? Die Leiter hat er gar nicht eingezeichnet. Warum nicht? Warum denn nicht? Okay. Hier sind wir wieder. Sehr gut. Äh. Hä, 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 sorry, hä, hä, hä. Okay. Wir waren schon so oft kurz davor zu sterben. Wisst ihr, was dann passiert wäre? Hätte ich nicht so oft gespeichert. Das wäre richtig schrecklich gewesen. Hier war die Leiter, genau. Jetzt hat er sie. Oh, er nummeriert sie. Ich würde sagen... Uns bleibt nichts anderes übrig. Also... Let go. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Map. Hier habe ich mal wieder keine Map. Kotzi. Kotzi. Oh, Krabbelkotzi. Ach, du platzt ja nicht. Entschuldigung. Hier war alles so dunkel. Ich wusste nicht, ob du platzt oder nicht. Du bist einer von den Guten. Krabbli. Kotzi. Krabbelkotzi. Krotzi. 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 Oh, was weiß ich denn wo? Ah. Gnadenlos schalte 50 Vereine mit einer Trittattacke aus. Da sehe ich mich aber. Ah, jetzt habe ich eine Map. Was ist hier? Loot. Okay. Okay. Nehme ich. Natürlich. Aber was ist hier? Warum rauscht es so? Krotzi! Krotzi! Krotzilein! Wie meinen? Wie meinen? So. Hm. Cool. Naja. Dann. Achso, das ist der Boden. Der ist so gelb. Ich dachte gerade, da ist Pipi. Krabbelt hier was? Die haben die Krabbler doch nicht. Also die, die... Die haben sie wieder. Das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich hatte so große Hoffnung, dass sie endlich weg sind. Aber nein. Ey, jedes Areal hat seine eigenen Feinde. Können wir die rausstreichen? Auf die habe ich keine Lust. schon mit Handschellen willst. Ich habe die Handschellen gar nicht angeguckt. Madde Mäusele. Es reicht, ne? Die sind einmal ziemlich im Kreis gelaufen. Aber irgendwie... Also ich könnte runter, aber will ich das? Ich meine, ich muss, glaube ich, weil... Also ich schätze, ich muss hier runter. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, weil ich habe keinen Schlüssel gegen die Handschellen oder was weiß ich. Eine Drahtschere. Na toll. Mit Wasser jetzt, ja? Oh, hallo. Ich habe dich gesehen. Madame, ich habe dich gesehen. Du musst dich nicht verstecken. Ich habe dich schon gesehen. Komm her jetzt. Ey. Die bläde Kuh, die... Die sau bläde Kuh. Ich lasse mich einfach erschrecken. Was bringt es denn? Da ist sie ja. Oh. Hä? 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 Darauf erst mal ein Schnappes. Okay. Okay. Okay, okay. Ich habe einen Schlüssel für Handschellen wahrscheinlich. Also gegen Handschellen, meine ich. Für gegen. Für wo gegen. Okay, hier ist zu. Schade. Sehr schade. Ich glaube, ist da ein Loch. Aha. Neue Gegner hier, oder was? Ich glaube, ich... Ja, ich will zu eins. Ich will zu eins. Äh, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, okay. Kann gar nicht auf dem falschen Weg sein jetzt gerade. Außer ich drehe mich im Kreis. Das würde ich mir auch zutrauen. So, hoch. Ah. Und dann... Einmal die Handschellen öffnen. Aber was ich vor allem echt gern machen würde, wäre speichern. Aber ich komme nicht darüber. Das ist richtig blöd jetzt. Also, ich weiß nicht. Aber ich finde es nicht so gut. Das ist richtig blöd jetzt. Nee, jetzt hau drauf. Diese Viecher, ne? Damage kriege ich. Damage bekomme ich. Richtigem Damage. Damage. Quelle fromage le Damage? Äh, hallo? So. Noch eine, ja? Egal. Die kommen schon. Wenn sie was wollen... Oh. 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 Ach so. Ich dachte, du wolltest platzen. Sorry. Ich habe mich nicht genug um dich gekümmert. Das tut mir sehr leid. Hm. Okay. Hier hinweilig. Die Frage ist nur, was habe ich denn jetzt dadurch? Ach so. Wir gehen gar nicht. Ah, wir machen gar keinen Rundweg. Das ist... Okay, okay. Ich dachte schon. So, cool. Dann sind wir wieder da. Und dann habe ich nichts mehr zum Untersuchen. Naja, gut. Ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Das war... Äh... Gott sei Dank nicht der Fall. Dann einmal rüber hier. Blub. Ah ja. Ah ja, ah ja, ah ja. Ah ja. Ah. Oder? Nee. Aber macht ja gar keinen Sinn. Ähm... Wirklich jetzt. Oh. Okay, wir gehen natürlich nochmal darunter. Gar kein Thema. Wird bestimmt auch wundervoll sein. Ach da. Okay, jetzt würden wir da wieder hinkommen. Ob ich das allerdings will, ist die andere Frage. Nachdem ich die Geräusche gehört habe. Jetzt ist sowieso vergangen. Äh... Also... Also... Verloren. Alles. Tot und Verderben. Let's go. Wow. Wow, bin ich glücklich, dass ich hier bin. Wow, bin ich glücklich, dass wir... Oh mein Gott, es speichert. Okay, das war ein Rundgang. Na, Prost, Mahlzeit. Das ist ja lebensbejahend. Äh... Äh... Finde sein Zimmer. Hallo. Hallo. Ja. Und, öfter hier? Ich trau mich nicht, so nah dran zu gehen. Hallo. Öfter hier? Nein? Ich geh da mal, ne? Will ich überhaupt hoch? Warte mal, lass mal runtergehen. Ich weiß nicht, ob ich hoch will. Ja, ich glaub, das war alles, was wir da finden. Und alles andere ist es nicht wert, äh, mit Pyramid Head, äh, Stump zu suchen. Selbst wenn da ne Spritze, Medizin und fünf Muni von jedem Waffentyp ist. Selbst dann lohnt sich das nicht. Nicht gegen Pyramid Head. Hallo? Ich bin nicht gegen die Körn. 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 Hey, und sonst so? Toll, toll, das macht ja richtig Spaß. Ist ja schön hier. Toll. Toll. Ganz toll, toll. Oh, hallo Pyramid Head. Das ist voll lieb, dass der wartet, oder? Ich finde es voll nett, dass der da wartet. Da muss ich hin, da komme ich wahrscheinlich zurück. Oder so. Oder auch nicht. Vielleicht bekomme ich auch einfach Loot nur. Nur Gänsefüßchen. Okay. Es ist so schön. Es ist so angenehm alles. Es ist ja überhaupt nicht schlimm gerade. Ich muss nach unten wieder. Ich will nicht nach unten wieder. Klingt wundervoll, danke. Also da habe ich gleich richtig Bock loszulegen und irgendwo, also, äh, Dinge zu machen, die das Spiel von mir erwartet. Habe ich richtig Bock zu. Okay. Ja, wir gehen da lang. Da leuchtet es rot. Das ist mein Ziel. Boah, es lässt mich einfach ewig nicht speichern. Da. Fast 20 Minuten. So. Da lang. Nee. Nee, rechts lang. Entschuldigung. Dann wieder da lang. Nee, warte, was? Äh, wie kam ich da rüber? Ach nee, wir müssen... Oh nein. Okay. Das ist voll der Umweg. Aber ist das wirklich der richtige Weg? Weil das heißt, ich muss jetzt auf... Also zur Treppe 2. Die hier sein sollte. Oh mein Gott, hat die mich erschreckt. Und dann... Muss ich das wirklich so weit? Ich meine, ist egal. Ich kann irgendwo runter, glaube ich. Weil ja alles inzwischen miteinander verbunden ist. Okay. Geradeaus. Erst mal dem Weg folgen. Ich glaube, der ist hin. So. So. Dann... Links. Und aber gleich... Hier so. Das war richtig, ja. Und dann kommen wir hier durch. Und dann... Geradeaus. Oh, warte. Was? Warte mal, ist das jetzt ein Witz? Ich bin voll falsch. Das ist jetzt ein Witz, oder? Ich bin absolut falsch abgebogen in meinem Leben schon wieder. Ich muss zu Pyramid Head. Was? Warte mal, das... Das halte ich für nicht so gut. Können wir das lassen? Ich muss wieder hoch. Und dann... Nee. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich wieder zu Pyramid Head gehe, spiele. Wirklich jetzt? Pff. Warte, aber nur, damit ich dann auch richtig laufe. Am besten ist wahrscheinlich wieder genau die gleiche Treppe, oder? Ja. Okay. Zurück zu Treppe 2. Äh, Leiter 2. Immer Treppe. Hm. Guard aus. Und dann ganz scharf links halten. Genau. Und dann ist alles gut. Aber dann müssen wir zu Pyramid Head und das ist gar nicht gut. So. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich finde es nicht so gut. Hm. Wieso laufe ich so absolut unpraktisch? Naja. Wer kann, der kann. Ich speichere jetzt nochmal, auch wenn es keinen Sinn macht. Okay, wenn ich jetzt die Leiter runterlaufe, ja? Das ist doch echt... Das kann doch gar nicht sein. Das kann das Spiel doch gar nicht von mir verlangen, oder? Oh, dafür brauche ich die Kabel. Das Spiel kann das nicht von mir wollen. Das... Das ist falsch. Das ist falsch. Er ist weg. Natürlich ist er weg. Aber natürlich ist er nicht ganz weg, sondern er ist hier. Der Verschlag ist... Ah ja. Nein. Ah ja. Vielen Dank. Ah ja. Mm-mm, mm-mm. Oh, god. Also, Pyramid Head mag ich nicht so als Gegner. Also, ich liebe ihn, aber ich bin lieber auf seiner Seite. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das fände ich schöner. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ach, ich dachte, ich muss die Kabel noch reparieren und hier und da. Aber nein, das war es. Oh, mein Gott. Ah, schön. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.